Herzlich Willkommen hier auf Schalke im Altenparkstadion. Diesmal das Duell der Generationen gegen Jungen. Gewalte Erfahrung gegen Jugendliche. Experimentierfreude. Aber das sieht so aus, als blieb es bei einem Experiment, bei einem Versuch. Denn nach mehr schaut es hier nicht aus. Er verstrickt sich da in Einzelaktionen. Keine Chance gegen die Automatismen, die hier einfach greifen. Aber was ist das? Jetzt legt er vor, jetzt ist er durch. Ob er sich da zurechtfeiern lässt, das bleibt mal dahingestellt.